Und dann Moinzen zu einem Infovideo zum Dauerkartenverkauf für die nächste Saison 2022-2023. Nach der Saison ist vor der Saison, dachte ja auch der VfB und gefühlt mit Abpfiff war, ja, die Dauerkarten-Info-Seite, die Webseite online so. Ist aber auch nicht groß verwunderlich, ne? Die neue Saison beginnt ja schon am 5.8. Am 5.8. Ich glaube, die 2. Liga beginnt sogar nochmal drei Wochen eher. Aber, ne, hat ja seinen Grund, wenn du halt eine WM im Winter in Katar stattfinden lässt, ne? November, Dezember, da muss halt quasi ein bisschen Pause so gesehen schon nach vorne gezogen werden. Das heißt, die Saison beginnt auch schon ticken, eher als sie es sonst tun würde. Ich erspringe mal den kurzen Einleitungstext. Wir haben, glaube ich, die meisten Bock auf den VfB aktuell, ne? Profitiere von vielen Vorteilen, erlebe alle Topspiele live auf deinem Stammplatz, spare bis zu 30% im Vergleich zu Einzeltickets. Und das ist sehr, sehr geil. Mitglieder erhalten weitere 17 Euro Preisrabatt. Und hier auch Fahrer und Heimspieltagen kostenlos mit allen Verkehrsmitteln des Verkehrsbundes Stuttgart ab 7 Stunden vor Spiebigen sowie bis 5 Uhr des Folgetages. Und jetzt das Interessanteste, die Verkaufsphasen. Verlängerung Dauerkartenbesitzer 19, 20. Weil das ist ja noch die Dauerkarte, ne? Was wir jetzt die letzte Saison hatten, war immer wieder eine Mini-Dauerkarte, ein Ticketpaket. Jetzt geht es wieder darum, ne? Wer hat eine Dauerkarte gehabt? 19, 20. Und damals noch eine zweite Saison vor dem Corona-Ausbruch, ne? Weil die haben immer noch Bestand, diese Dauerkarten. Meine auch. So, Dienstag, 24. Mai bis Montag, 13. Juni, kann man seinen Dauerkartenplatz verlängern. Wenn man sagt, ey, der Platz gefällt mir, wo ich da saß, das war geil, den will ich 1 zu 1 verlängern, kann man das dann machen. Dann die Wechselfase, die ich sehr wahrscheinlich wahrnehmen werde. Mittwoch, 15. Juni bis Sonntag, 19. Juni. Ein bisschen kürzer die Phase, aber da kann man quasi sagen, jo, ich habe eine Dauerkarte, ich würde weiter noch eine haben, aber der Platz, weiß ich nicht, fand ich eigentlich nicht mehr so geil. Ich würde gerne woanders hin und kann da gucken. Das werde ich auch tun, weil ihr habt es vielleicht noch im Kopf, wie es da aussah. Gut, damals war es noch eine GoPro, die ihr dabei hatte, ne? Der Weitwinkel auch ein bisschen getäuscht. Aber ihr könnt nochmal reingehen in die Vlogs aus der 2. Liga, 19, 20. Da quasi ganz, ganz oben, letzten drei Plätze, da in 47e, weiß ich nicht. Also ich würde sehr gerne versuchen, irgendwie mit zwei Dauerkarten in die Kurve zu kommen. Natürlich nicht Stehplatz, ne? Da, wo ich jetzt so bin, so 34d und die Bereiche so in den Sitzbereich quasi zu kommen, über dem Stehbereich, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird, weil, ne? Couchia-Kurve ist natürlich mit am meisten ausverkauft mit den Dauerkarten. Ich glaube, wir haben 30.000 Stück verkauft gehabt im Jahr 19, 20 in der Saison, aber sonst halt irgendwie rund um die Kurve. Also dieser Vlog 47e ist ja ganz geil so, das heißt ja auch schon mal eben ein paar Reihen tiefer, wäre schön, mal gucken, wo ich am Ende bei rauskomme, aber ich werde so oder so, glaube ich, zufrieden sein, wo ich am Ende rauskomme, Hauptsache irgendwie in Kurven- und Stimmungsnähe und hier Vorverkaufmitglieder direkt einen Tag später ab Montag, den 20. Juni und ein freier Verkauf ist hier noch offen. Aktiv werden, um das Ganze zu machen, die Verlängerung zu machen oder eben die Wechselphase zu machen, ist im Kundenkonto, wie es der VfB hier schreibt, meine reservierten Dauerkarten. Da kann man dann einziehen und bestellen oder eben auch tauschen, Dauerkarten sichern und so weiter, Reservierungen löschen, blibla blub, ne? Das klassische Getue. Versandoption auch seiner ist, das gibt es natürlich, wie es halt aktuell einfach so ist, als mobile Dauerkarte, das ist einfach am Kommen so und eben dann wieder, wie wir es auch kannten, mit den Tickets oder mit der Mini-Dauerkarte auch wieder im Kundenkonto einzusehen und runterzuladen. Hybride Dauerkarte, das werde ich wahrscheinlich machen, weil es einfach nochmal ein Stückchen geiler ist. Du hast eine Plastik-Dauerkarte-Chip, also Klammern-Chip, per Post zugesandt. Das heißt, du hast einfach das Ding physisch in der Hand, wie ich auch bisher jede meiner Dauerkarte hatte. 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, die waren alle noch zum In-der-Hand-Halten so, ne? Das werde ich auch hier nochmal machen, kostet nochmal 10 Euro oben drauf. Genau, Mitte Juni kommt da der Versand oder beginnt da der Versand. Und eine Block-Dauerkarte ist auch seine Versand. Das heißt, du kriegst pro Spieltag ein Papierticket per Post zugesandt. Da ist dann eben keine mobile Nutzung der Dauerkarte möglich. Auch hier nochmal 10 Euro oben drauf. Und da, sehr interessant der Nebensatz, der Versand der Block-Dauerkarte erfolgt nach der Veröffentlichung des Spielplans Anfang Juli. Das heißt, wir wissen auch, Anfang Juli beginnt die Veröffentlichung vom Spielplan 2022-23. Und dann kommen wir noch zu, mit dem Wichtigsten natürlich, dem Preis für so eine Dauerkarte. Hier natürlich auch wichtig erstmal die Haupttribüne. Wir haben hier ein schönes Symbol, das Bauarbeiten-Symbol drüber. Da ist nicht wirklich viel möglich, weil er wird natürlich umgebaut für die Heim-EM 2024, gerade Pressebereich und so weiter. Wir wissen ja Bescheid. Aber so vom Preis her, sollte sich eigentlich gar nicht groß was geändert haben, weil ich das alles so richtig sehe. Also mein Bereich wäre ja Kurve-Sitzplatz 2. Würde auch für die Untertürkamer-Kurve gelten so. Und für die Kanzler-Kurve, also der grüne Bereich eben, wo ja auch 34D mit rein zählt, auch 47E mit rein zählt. Auch mein 74B mit rein zählt, wo ich ja auch schon mal saß, 18, 19. Und da bleibt zwei Vollzahler, 355 Euro und eben Mitglieder, weil ich bin ja Mitglied so, die meisten werden Mitglied sein, die sich in die Dauerkarte holen, 17 Euro Rabatt. Das heißt, bis bei 338 Euro und so grob hatte ich es auch noch im Kopf. Also ich dachte auch, dass die Dauerkarte damals so um die 330 Euro gekostet hat und da laufen wir ja auch am Ende darauf rein. Und das eben durch 17 Heimspiele geteilt, wären ja grob 20 Euro pro Partie. Das ist schon mal sehr nice, weil man kann sich das wieder vorstellen. Denn Köln zum Beispiel auch war bei 32 Euro, das Dortmund-Spiel war bei 30 Euro. So kommst du eben auf diesen Rabatt, den du mit einer Dauerkarte dann eben hast. Die anderen Bereiche hier auch. Interessant vielleicht noch der Stehbereich. Vollzahler 225 Euro oder für Mitglied 208 Euro. Genau, lasst mir gerne in den Kommentaren da, was ihr so sagt zur Dauerkarte. Holt ihr euch eine? Habt ihr schon eine gehabt? Wie lange habt ihr schon eine Dauerkarte? Und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.